Die Mädchen und Jungen des Kindergartens St. Anna haben das richtige Vorgehen bei Notfällen gelernt. Die Kinder lernten, wie sie in Notsituationen richtig reagieren und Hilfe rufen. Mit Unterstützung von Karin Pascha, Ausbilderin bei der Johanniter Unfallhilfe, legten die Kinder unter anderem Verbände und Pflaster an. Am Ende des Vormittags erhielt jeder der stolzen Ersthelfer eine Urkunde sowie eine kindgerechte Broschüre der Johanniter, um das erworbene Wissen zu verfestigen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017